Herzlich willkommen zu unserem vierten und letzten Teil aus der Reihe Dienste für das Web erstellen mit TMS X-Data. Nachdem wir beide Teile sowohl den Server mit Dienst als auch Clients implementiert haben, wobei wir Clients mit der VCL als Windows-Anwendung und als Web-Anwendung mit TMS WebCore implementiert haben, möchte ich Ihnen nun noch einige Hinweise geben, wie Sie einen Dienst auf einem Server bereitstellen können. Bei der Erstellung des Servers mussten wir zunächst angeben, was für einen Typ von Server wir erstellen wollten. Wir konnten dabei eine Variante wählen, die eine grafische Oberfläche bietet, sei es mit der VCL oder mit FireMonkey. Wir haben uns in Teil 1 für die Kommandozeilen-Anwendung entschieden, da diese keinerlei Anforderungen an den Server stellt. Das heißt, wir können es sowohl auf einer Linux-Maschine, die nur Textmodus anbietet, als auch auf einer komplexen Windows-Server-Maschine installieren. Alternativ hätten wir auch den Windows-Service wählen können. Wir hätten somit die Möglichkeit gehabt, den Dienst direkt als Windows-Service auf einem Server zu installieren. Zunächst noch einmal eine Beobachtung, die ich bereits im ersten Teil bei der Erstellung des Servers gemacht habe. Ein X-Data-Server ist ein Programm, wie jedes andere auch. Man führt es auf einem Computer aus und dieser Computer, wenn er denn aus dem Internet erreichbar ist, dann ist auch unser X-Data-Dienst aus dem Internet erreichbar. Es ist also nicht unbedingt notwendig, dass Sie einen Windows-Service oder ein anderes Konstrukt bauen. Ihre VCL-Anwendung, Ihre FireMonkey-Anwendung, Ihre Konsolen-Anwendung ist sehr wohl in der Lage, auf einem Server installiert zu werden und dann auch in einer Produktiv-Umgebung zu funktionieren. In der Regel benutzt man aber kleine Kommandozeilen-Anwendungen, um den Dienst möglichst einfach portieren zu können und keinerlei Abhängigkeiten zu grafischen Bibliotheken zu haben. Auch die Variante als Windows-Service wird weiterhin genutzt, jedoch ist es nicht unbedingt erforderlich. Was meine ich mit aus dem Internet erreichbar? Der Server muss über eine öffentliche IP-Adresse erreichbar sein und muss auf dem Port, der dem Server zugewiesen ist, horchen. In der Regel ist dies der Port 80 für unverschlüsseltes HTTP oder der Port 443 für verschlüsseltes HTTP. Selbstverständlich, wenn es sich um firmeninterne Dienste handelt, sind jegliche Ports denkbar, insbesondere wenn man diesen Dienst wirklich nur intern und nicht öffentlich nutzen möchte. Öffentlich in der Form, dass man Kunden einen Dienst anbietet, der allerdings nicht für jedermann im Internet erreichbar ist. Für solche Anwendungen ist es durchaus üblich, nicht Port 80 oder 443 zu verwenden. Selbstverständlich muss die IP-Adresse und der Port extern erreichbar sein und die Firewall ist nicht nur auf der Seite ihres Servers, sondern wenn sie keinen Standard-Port verwenden, muss natürlich ihr Kunde, der den Dienst nutzt, auch seine Firewall entsprechend konfigurieren. Ich habe mich vor einigen Wochen mit Amazon EC2 beschäftigt, das sind virtuelle Server im Internet. Man bekommt dort eine öffentliche IP-Adresse. Man kann insbesondere seine eigene Domain auf diesen Server sehr einfach verweisen lassen. Wichtig zum Thema Firewall ist an dieser Stelle, dass sowohl Amazon eine Firewall für die Server anbietet, die man über die sogenannte Konsole steuert und auch das Betriebssystem des Computers, sei es Linux oder Windows, ebenfalls eine Firewall standardmäßig aktiviert hat. Auf beiden Firewalls muss man sicherstellen, dass die entsprechenden Ports zur Kommunikation geöffnet sind. Die Probleme für Neulinge sind relativ einfach darzustellen. Zum einen, wie konfiguriere ich die Firewall von diesem Amazon-Dienst? Und zum zweiten, wie bekomme ich eigentlich die Daten auf den entfernten Computer? Alternativen sind hier zum Beispiel FTP. Dort gibt es den kostenlosen als Freeware erhältlichen FileZilla-Server, den man dann auf diesem Server installiert. Es gibt die Möglichkeit, SSH zu nutzen. Das heißt, auf Windows-Seite kann man WinSCP benutzen und natürlich auch kommerzielle Produkte wie TeamViewer oder Remote Desktop. Weitere Alternativen sind selbstverständlich möglich. Hier sehen Sie eine Remote-Session, die auf meinen Amazon-Server geht mit der Domain app.flixengineering.com. Auf diesem Server habe ich ganz einfach einen xData-Server installiert. Wie habe ich das getan? Zuerst habe ich den FileZilla-Server installiert und die Firewall so konfiguriert, dass die entsprechenden Ports freigegeben sind. Somit konnte ich dann in meinen Verzeichnis auf der Festplatte auf dem Server ins Verzeichnis FTP meinen Server übertragen. Es ist dann wirklich so einfach, dass Sie einen Doppelklick auf den Server machen und er ist gestartet und in dem Moment haben Sie dann die Möglichkeit, auf diesen Server zuzugreifen. Wichtig natürlich auch, dass Sie genau wie auch gezeigt im ersten Video die entsprechenden HTTP-SYS-Freigaben erstellen. Das heißt, das TMS HTTP-Conflictool kopieren Sie auch auf den Server und nehmen dann die entsprechenden Freigaben vor. Wir können also problemlos von außen aus dem Internet auf diesen Server zugreifen, indem wir die Domain spezifizieren und natürlich müssen wir wissen, auf welchen Port oder Endpunkt der Server hört. Der Server ist so konfiguriert, dass er auf das HTTPS-Protokoll auf Port 443 hört. Das heißt, ich spezifiziere als URL HTTPS, Doppelpunkt, Doppel-Slash-App-Flix-Engineering-Slash-Flix und wir bekommen eine Antwort mit dem Wert Value leer, wie wir es kennen und wenn wir hier jetzt das Model abrufen, so sehen wir, dass es sich eindeutig um einen X-Data-Server handelt. Selbst wenn Sie keine eigene Domain haben, können Sie trotzdem über die öffentlich erreichbare IP-Adresse des Amazon Servers diesen Server erreichen. Zur Formatierung der JSON-Inhalte im Chrome Browser verwende ich übrigens ein Plugin namens JSON Viewer. Damit haben Sie die Möglichkeit, JSON-Inhalte sehr gut formatiert darzustellen und auch einige Bereiche ein- und auszuklappen. Sehr komfortabel. Wo finden Sie einen Cloud-Server von Amazon? unter der Adresse aws.amazon.com. Ich bin mir nicht sicher, ob die .de-Variante auch ähnliche Dienste anbietet. Was wichtig ist als Hinweis, ich mache hier natürlich keinerlei Versprechen über Kosten oder irgendwelche andere Verkaufsofferten. Wenn Sie hier über die Produkte den Amazon EC2 auswählen, dann haben Sie durchaus die Möglichkeit, ein kostenloses Paket erst zu starten und es gibt auch durchaus Pakete, die sehr preiswert sind und auch für mehrere Monate kostenlos verbleiben. Trotzdem noch einmal der Warnhinweis hier von mir. Wenn man es falsch konfiguriert, entstehen natürlich auch entsprechende Kosten. Also hier noch einmal der Warnhinweis. Ich verweise auf Amazon EC2 als ein mögliches Beispiel. Es gibt viele, viele andere Cloud-Anbieter. Auch zum Thema Kosten. Das ist Stand heute 6.01.2019. Das kann sich jederzeit ändern. Es liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, das entsprechende Paket auszuwählen. Und TMS haftet nicht für irgendwelche entstehenden Kosten, dadurch, dass Sie dieses Demo reproduzieren möchten. Zum Thema Firewall, weil es bei AWS immer ein Problem ist, das zu finden. Es gibt einen Eintrag unter Network and Security, Security Groups und Ihr Server wird immer einer Sicherheitsgruppe zugewiesen. Und wenn Sie dann die richtige Sicherheitsgruppe auswählen, die Ihrem Server zugewiesen ist, dann können Sie unter Inbound die Ports auswählen, die geöffnet sein sollen. Und unter Outbound ebenfalls die Ports, die geöffnet sein sollen. Bedenken Sie bitte, dass dies übergeordnet zur Windows-Firewall, falls Sie einen Windows-Server haben, oder der Linux-Firewall, falls Sie einen Linux-Server haben. Trotzdem müssen Sie natürlich dann noch in Ihrem Server, das zeige ich Ihnen anschließend, ebenfalls die entsprechenden Ports öffnen. Somit auf Ihrem Server, hier ist es ein Windows-Server, über die Firewall. Das ist die Windows-Firewall with Advanced Security. Und dort müssen Sie dann bei den Eingangsregeln ebenfalls auch HTTPS, oder ich hatte auch einen anderen X-Data-Server, den ich mal auf Port 8000 habe laufen lassen, und selbstverständlich auch FileZilla, damit Sie Ihre entsprechenden Daten auch auf den Server übertragen können, falls Sie sich für FTP entscheiden. Die Konfiguration der Firewall, um den FileZilla-Server zu nutzen, finden Sie in der entsprechenden Dokumentation. Und das war's auch schon. Sie haben vier einzelne Videos zum Thema X-Data und der Erstellung von Diensten im Web gesehen. In Teil 1 haben wir einen X-Data-Server erstellt, der einen Dienst bereitstellt, um Fahrenheit in Celsius und Celsius in Fahrenheit umzurechnen. Wir haben dann in den folgenden beiden Videos zwei Clients entwickelt. Der erste Client nutzte die VCL und der zweite Client war eine Web-Anwendung mit TMS WebCore. Ich hoffe, Teil 4 hat Ihnen einen kurzen Überblick gegeben, wie Sie Ihren Server ins Netz bekommen, um eben mit anderen Cloud-Anbietern auch ebenfalls zusammenzuarbeiten. Microsoft Azure ist zum Beispiel ein anderer Anbieter, den man in Erwägung ziehen könnte. Trotz alledem bleibt hervorzuheben, dass alle Server mit X-Data benutzt werden können, weil es sich bei X-Data-Servern und Diensten um normale Windows- oder Linux-Programme handelt, die keinerlei spezielle Installation auf dem Serversystem erfordern. Ich hoffe, dass wir mit dieser Videoreihe Ihr Interesse an X-Data wecken konnten. Und falls Sie Fragen haben oder Vorschläge für weitere Videos, dann zögern Sie bitte nicht, dieses Video zu kommentieren oder unserem Support eine E-Mail zu schreiben. Wir freuen uns immer über konstruktives Feedback. Vielen Dank und viel Spaß mit unseren Produkten von TMS Software.